Die UEFA Champions League live. Dienstag, 19.45 Uhr. Sparta gegen Hertha DSC. Für Berlin zählt nur ein Sieg. Letzter Ausfahrt Prag. Die Leiden eines Übungsleiters. Und Mittwoch um 19.45 Uhr Bayern München gegen Real Madrid. Lothar Matthäus, letzter großer Auftritt im Bayern-Prikot. Eine glanzvolle Ära geht zu Ende. Die UEFA Champions League. Dienstag und Mittwoch ab 19.45 Uhr. Nur bei TM3.